Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Command & Conquer 3 Tiberian Sun Let's Plays, wo wir letzte Folge ja diese Radarzentrale hier erobert haben, um herauszubekommen, was wir denn vielleicht auf der Karte so sehen und wir haben herausgefunden, dass wir das hier sehen und dass wir das erobern sollen und ich glaube nicht, dass wir das erobert bekommen. Ich versuche jetzt mal hier den Stromplatz zu machen, als Gedankengang und vielleicht kommen wir dann hier dran vorbei. Mal gucken, ob das eine Lösung ist, ich glaube nicht. Okay, das klingt erstmal gar nichts. Ich schlage trotzdem vor, dass wir das jetzt hier kaputt machen. Okay, wir bekommen Gegenangriffe von diesem Tank. Alles klar. Da hat sich erledigt, wir brauchen das gar nicht probieren. Wir können gleich nach hier oben gucken gehen. Hier wird es wahrscheinlich nicht hoch gehen, oder? Also ich meine, wenn ich natürlich von dem Ding direkt Schüsse bekomme, brauche ich hier nichts angreifen. Das macht gar keinen Sinn. Und dass wir hier noch so ein bisschen eine Staphy-Mission haben, weiß ich ja schon. Ja, wunderschön. Wer ist erledigt? Einheit verloren. Gas, wer ist erledigt? Ja. Verstanden, was ich machen soll. Jetzt müssen wir das nur noch schaffen. Also ich habe, na gut, ich habe nicht verstanden. Ich habe eine Vermutung, was ich machen soll. Einsatzladen. Wir probieren das nochmal. Ich habe einfach ein gutes Savegame gerade abgesetzt. Es geht hier hoch. Da geht es hoch. Und Gas, wer ist erledigt? Nochmal da drauf schießen, dorthin. So, und jetzt probieren wir es. Einfach speichern und einfach durchrennen. Dahin. Ist das im Bereich des Machbaren? Ohne massive Verluste? Das klang im ersten Moment gut, war es aber nicht. Ja, schade. Einheit verloren. Kriegt da aber auch nichts. Was mir hilft. Ich bin einfach immer noch so, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Also das Ding wegballern. Klingt nach einem coolen Plan. Bringt aber nichts. Gibt es hier noch mehr Wände, die man wegballern könnte? Vielleicht irgendwo eine, die ich übersehen habe. Will ich nicht. Fahren hier mal nur mit einem hier hoch. Habe ich hier etwas übersehen? Habe ich nicht. Komme ich hier lang? Komme ich nicht? Zabba. Wie soll ich denn das hier machen? Ich meine, das Ding komme ich ja nicht ran rechtzeitig, oder? Wo fahrt ihr da lang? Also mir mangelt es echt an einer guten Idee. Dann fliegt ihr hier erst mal lang da. Ich kann mal noch gucken, was hier ist. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas Besonderes ist. Also ich müsste ja zumindest mal... Also wenn ich das Gebäude erobert kriege, wäre natürlich schon nice. Aber da komme ich ja auch nicht ran, ne? So was haben wir hier? Heilung? Möchte sie nicht als schlecht hinstellen, aber... Auch keine Heilung. Da geht es nicht hin. Hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich nicht ran vorbei. Also wenn ich das angreife, verliere ich meine Einheiten. Das. Wenn ich das angreife, verliere ich mit das Ding meine Einheiten. Wann vorbeifahren hier wird auch nicht klappen? Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Der wird da oben auch nicht hinkommen, oder? Wo fährst du da hin? Werft erledigt, werft erledigt. Wie, wie, wie? Ich scheitere ernsthaft an dieser Mission. Also selbst wenn ich jetzt... sage... Ich ballere das da weg. Das geht ja nicht, oder? Doch, das geht weg. Ja, wie Sie befehlen. Einheit bereit. Kein Problem. Der ist zu nah ran jetzt. Okay. Dann probieren wir es mal. Wir ballern, ähm... Das hier weg. Mal ein Kraftwerk. Mal gucken, ob das den gewünschten Effekt hat. Lass er es bei diesen beiden? Hm? Glauben? Oh. Was ist das hier? Mm? Oh. 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 Ja. Oh. 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 So. Kommen die jetzt irgendwann? Sieht mir nicht danach aus. Die Frage ist, hat der da jetzt noch Saft? Weicher an der Stelle aktuell. Zwei. Komme ich noch an weitere Kraftwerke ran? An das? Nein. Ja gut, dann komme ich hier nirgendwo ran. Einheit verloren. Einheit verloren. Das da werde ich auch nicht platt kriegen. Wo schießt ihr denn da drauf? Ja, da hinkommen. Also, wenn wir selbst diese keinen Weg finden hierher, dann wird es hier hinten auch kein Weg sein. Dann werde ich hier oben lang müssen. Aber wie soll ich hier lang kommen? Wir probieren uns einmal da drauf schießen, was passiert. Hier hat der Original noch zu viel Strom. Einheit verloren. Einheit verloren. Gibt es da oben noch irgendwas zum Wegschießen, was ich nicht sehe sofort? Ich riskiere es, fahre mit nach hier oben. Kann man sich hier an dieser Ecke verstecken? Einheit verloren. Einheit verloren. Die Antwort ist nein. Einheit bereit. Das hat ja auch nichts damit zu riskieren zu tun, was ich hier gerade mache. Das ist ja einfach nur noch ausprobieren. Einheit verloren. Also, ich sage jetzt mal so. Ich glaube nicht, dass das hier der richtige Weg ist. Wir können noch ein was probieren, wo ich aber auch nicht glaube, dass das viel bringt. Das da einfach mal zerstören und gucken, was passiert. Was? Einheit verloren. Alles klar. Schon unterwegs. Alles klar. Einheit verloren. Was? Einheit verloren. Definitiv nicht den gewünschten Effekt hat. Was soll mir das bringen? Ich kann die Gebäude mal zerstören. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwas Sinnvolles bewirken wird. Also, laden wir hier aber mal neu. Also, die Brücke zerstören wäre möglich. Keine Ahnung, ob es was bringt. Jetzt zerstören wir hier mal diese Gebäude und gucken, ob es irgendwas bringt. Diese da. Wer als nichts bringen kann es nichts. Hier kommen wir jetzt auch nicht rüber, ne? Nee. Der hat nicht den erhofften Effekt gebracht. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, hier. Den noch weg. Witzig, dass der es nie schafft zu schießen. Obwohl er einfach nur mal hier dran vorbeifliegen müsste. Sollen wir das hier unten noch platt? Und dann würde ich sagen, brauche ich einen Guide? Ganz konkret? Es ist ein wenig schade, dass ich jetzt an so einer einfachen Stelle scheitere. Ein Wunder, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Was ist da noch weg? Ist halt gar nichts gebracht, ne? Ja. Du dann nicht, ne? Weiß ich, in welcher Mission ich bin? Rückeroberung der hammerfeste Basis. Einmal speichern, bevor ich das da verkaufe. Gebäude verkauft. Klingt auch nichts. Also, der Gedankengang, den ich hätte, wäre natürlich, man nimmt hier den Strom weg. Dann kann man das Ding wegnehmen und dann kommt man hier weiter. Der Gedankengang ist alles... Der ist cool. Kann man alles so machen. Und würde ich auch sofort als sinnvoll einstufen. Wie soll ich an diesem Panzer vorbeikommen? Das ist doch die relevante Frage. Die Range von diesem Teil ist einfach zu hoch. Also... Mir fällt echt nichts ein. Ich wüsste, als nächstes, was mir noch einfallen würde, wäre, dass ich einen Geid angucke. Ich habe keine einzige Einheit verloren. Gut, ich habe jetzt hier mal ein Gebäude erobert. Was ich mir auch hätte sparen können. Oh, das wird jetzt nicht die große Wende bringen, wenn ich das Gebäude zerstöre. Was habe ich da extra gerade mal verkauft, um zu gucken, was passiert. Da komme ich nicht ran, richtig? Ich habe vielleicht noch eine Idee. Das ist auch nur eine Idee. Ich glaube nicht, dass die klappen wird, aber... Wir probieren es mal. Ich versuche mal noch, das Ding wegzukriegen. Mit einmal schießen, wegfahren, schießen, wegfahren. Aber... Ich glaube auch nicht, dass das ausreicht, dass hier dann der Strom fehlt, ne? Das wäre halt nur eine Idee, aber... Mehr ist es auch nicht. Ihr sammelt euch bitte dort. Dann noch einmal speichern. Ja, da drauf. Einmal schießen und sofort zurückfahren, bitte. Einmal schießen und sofort zurückfahren, bitte. Das klappt nicht. Ich muss wohl warten, bis der... ... aufgegeben hat. Wenn die mir jetzt einen Weg zeigen, wie man hier langkommt, machen sie aber nicht. Ich den jetzt nehme, ziehe er sofort auch die Schüsse ab. Ja, sofort. Keine Ahnung. Also... Echt. Jetzt verlieren wir einmal freiwillig. Halt, stopp. Das verkaufen. Das verkaufen. Gebäude ist verkauft. So ausladen los. Sehr gut. Sehr gut. Einheit verloren. Verdammt. Einheit verloren. Ich wollte einmal noch verlieren. Ist das jetzt... Kriege ich sie nicht hin zu verlieren, wegen diesen Einheiten oder was? Arf. Können da nicht einsteigen. Ei, ei, ei. Kannst du die überfahren? Ach, das geht nicht. Selbst zum Verlieren bin ich zu doof. Okay. Ich würde sagen, nächste Folge. Ich suche einen Guide raus. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ähm. Die Mission ist auch in keinster Weise hilfreich, dass sie mir sagt, wie, was, wo. Ähm. Aufgrund des Feuersturmabwehrsystems ist der direkte Angriff unmöglich. Finden Sie einen anderen Weg in den Komplex. Trägen Sie den Spielpanzern in den Stützpunkt ein und erobern Sie die Basis zurück. Schalten Sie anschließend dort als... Ich habe keine Ahnung. Ich mache einen Guide auf. Wie gesagt, nicht, weil ich es nicht möchte, sondern einfach, weil ich echt nicht weiß, wie das hier gehen soll. Es ist ja nicht mal irgendwo eine Option in Aussicht, ne? Nicht mal das. Ja, wenn ich einen Guide offen habe, entweder es wird damit funktionieren oder eben nicht. Und, äh, ja. Dann gehen wir einmal die nächste Folge, dann sage ich euch, was der Guide sagt. Ich bedanke mich erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr mich schreibt, mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß. Und sage immer zum Schluss. Tschö, bitte.